Hallo ihr Lieben, heute kommt noch ein weiteres Trikot von Real Madrid und zwar handelt es sich hier um das Torwarttrikot von 2014 2015. Das Heimtrikot und das Auswärtstrikot der Spieler habe ich ja euch schon in einem anderen Tutorial gezeigt, das werde ich unten euch auch verlinken und heute erfahrt ihr wie ihr dieses Torwarttrikot anfertigen könnt. Ihr braucht dafür einfach nur blaue Gummibänder und weiße, ihr braucht euren Loom und ihr braucht euren Hook. So und wie ihr das Ganze jetzt anfertigt, das zeige ich euch jetzt. Der Loom ist so eingestellt, dass die mittlere Reihe um eins nach vorne versetzt ist, der Pfeil zeigt von euch weg und auf allen Reihen sind die Stifte so eingestellt, dass die offene Seite auch von euch weg zeigt. Bei jedem Schritt, den ich jetzt mache, verwende ich zwei Gummibänder. Ich sage das dann nicht immer dazu, also ihr müsst immer zwei Gummibänder nehmen, damit es so ein schönes dickes Torwarttrikot entsteht oder ist. So und dann fangen wir an. Wir machen zuerst den Aufhänger oder Anhänger, wenn ihr das nachher als Schlüsselanhänger nehmen möchtet. Ihr macht vom ersten der Mitte zum zweiten der Mitte und spannt, wie gesagt, immer zwei Gummibänder. Ihr nehmt zwei blaue, jetzt kommt der Schulterbereich links und rechts, von der Mitte zwei zu links zwei und von der Mitte zwei zu rechts zwei. Jetzt kommt einmal komplett blau von links nach rechts. Jetzt kommt das Fußballvereinszeichen, das machen wir mit weiß und blau, wobei ihr weiß unten drunter legt. Also weiß wird unten gespannt und dann kommt blau. In die Mitte kommt komplett blau. Und rechts zwei weiße für die, ich glaube, Adidas-Werbung ist es. Ich habe gerade das Bild nicht vor mir, aber es müsste, glaube ich, Adidas sein. So, jetzt kommt komplett wieder blau von links nach rechts. Das mache ich nochmal neu in der Mitte, das war so verdreht. So, jetzt kommt die nächste Werbung, und zwar ist das die Fly Emirates. Da fangt ihr an mit links zwei blaue. In der Mitte weiß. Und rechts wieder blau. Und die Reihe darunter wird komplett weiß. Jetzt kommt eine komplette Reihe blau. Und jetzt kommt zum Abschluss blau und weiß. Unten bei dem Torwarttrikot ist noch so ein weißer Schriftzug oder eine weiße, ja, ich glaube, Werbung ist es. Dann macht ihr links weiß-blau und der Rest wird wieder mit blau gemacht. So, also weiß-blau, blau, blau. Und jetzt kommt der Abschluss des Trikots. Ihr macht von links zur Mitte und von rechts zur Mitte, macht ihr jeweils mit blau. Drückt euch in der Mitte das ein bisschen runter und wickelt ein blaues zweimal rundherum. So, jetzt kommen wir zu den Zwischenstücken. Das Trikot muss ja Halt haben, dass das so schön zusammen dann ist. Wenn wir die Zwischenstücke nicht machen würden, dann wären diese einzelnen Reihen, ja, komplett könnte man was durchstecken. Also nehmt ihr euch blau in dem blauen Bereich, weiß in dem weißen Bereich und macht es immer jeweils über diese drei Stifte. Also über Mitte, links, rechts. Ihr macht Mitte, links, rechts oder halt rechts, links, Mitte, wie ihr das am besten könnt, sodass ein Dreieck entsteht. Jetzt nehmt ihr weiß, weil wir in den weißen Bereich kommen. Jetzt nehmt ihr wieder blau. Und das letzte bis hierhin, hier oben, das bleibt frei, weil sich ja hier dann alle treffen und somit ist das dann ja eh geschlossen. So, so sieht das jetzt im Endeffekt aus, das eigentliche Trikot. So, und jetzt müssen wir nur noch die Ärmel anfertigen. Dafür geht ihr hier in den unteren Bereich. So, ihr nehmt euch ein weißes und ein blaues und spannt es von diesem Stift zu diesem. Dann noch einmal weiß-blau. Und dann blau-blau. Unten umwickelt ihr es zweimal oder dreimal, was euch besser gefällt, mit einem blauen rundherum. Wenn ihr es dreimal wickelt, wird der Ärmel hier unten etwas fester. Macht ihr es zweimal, wird es halt ein bisschen lockerer. So, jetzt nehmt ihr, es muss ja, wir brauchen ja zwei Ärmel, also macht ihr das gleiche nochmal. Weiß-blau auf dieser Seite. Nochmal weiß-blau. Blau-blau. Und zweimal oder dreimal rundherum wickeln. So, das ist jetzt das Eigentliche, was ihr benötigt. Und jetzt geht es ans Verlumen. Ihr stellt nun den Lumen so vor euch, dass die Stifte die offene Seite zu euch zeigt. Und ihr fangt zuerst an, die Ärmel zu verlumen. Ihr geht dafür in das Umwickelte hinein. Drückt euch das zurück und holt euch die vorderen beiden blauen. Blauen Gummibänder. Gebt sie um den Stift herum und auf den vorderen Stift. Auch hier geht ihr hinein. Holt euch die vorderen beiden. Um den Stift herum und nach vorne. Und nach vorne. Hier haben wir wieder das Umwickelte zurück. Die zwei unteren holen. Und nach vorne. Die zwei vorderen nehmen. Und nach vorne. Die beiden vorderen und nach vorne. So, jetzt nehmt ihr die Ärmel erstmal ab. Also ihr nehmt einen nach dem anderen. Erst den einen. Zieht ihn euch hier runter. Bringt ihn euch ein bisschen in Form. Und setzt ihn oben am Schulterbereich an. Ihr könnt das mit dem Hook jetzt hier so machen, dass ihr das Langzieht draufstülpt. Ich mach das immer auf den Finger drauf, auf die Fingerspitze. Dass ich jetzt so drauf habe. Und stülpe es mir dann über den Stift drüber. Dass es so ist. Und dann nochmal mit der anderen Seite abnehmen. In Form bringen. Und auch hier oben im Schulterbereich des Trikots anbringen. Und jetzt können wir ans Verloom gehen. Ihr geht dafür wieder an das untere Ende von eurem Trikot. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr der Reihe nach verloomt. Ihr habt hier unten eins rundherum gewickelt. Und dann seht ihr, dass die Gummibänder der Reihe nach dann verloomt werden müssen. Das heißt, es kommt das Umwickelte. Dann kommt das, was von rechts kommt. Dann kommen die Gummibänder von links. Und dann kommen die Gummibänder von unten. Das heißt, wir holen uns zuerst die Gummibänder, die von rechts kommen. Ihr geht hinein. Zieht euch das Umwickelte zurück. Und holt euch die beiden Gummibänder, die von der rechten Seite kommen. Am Anfang ist es noch ein bisschen knifflig. Ihr haltet euch das hier so ein bisschen fest. Zieht die Gummibänder raus. So, dass das Umwickelte nicht unbedingt abgeht. Um den Stift herum und gebt es auf die rechte Seite. Das ist eigentlich nur am Anfang so ein bisschen schwieriger, weil dann ist es eigentlich recht einfach. Jetzt geht er wieder hinein, drückt euch das zurück und holt euch die Gummibänder, die von links kommen. Auch hier um den Stift herum und zur linken Seite geben. Jetzt fehlt noch die Mitte. Die holt ihr euch, die zwei Stück, die von vorne kommen. Gebt es um den Stift herum und nach vorne. Dass es so aussieht. Und jetzt fangen wir mit der rechten Seite an. So, jetzt habt ihr die Gummibänder hier drauf liegen und ihr benötigt aber nur die vorderen beiden. Das heißt, ihr drückt alles in diesen Stift zurück, was nicht mit den vorderen beiden zu tun hat. Also alles zurück und jetzt holt ihr euch die zwei, gebt sie um den Stift herum und nach vorne. Hier ist es wichtig, jetzt kommen ja diese Mitte, die die ganzen drei Reihen zusammenhalten. Auch die Stücke müsst ihr zurückdrücken, sodass ihr nur an die vorderen beiden drankommt. Nehmt ihr diese nicht mit zurück, fällt euch nachher das Trikot auseinander oder hat dementsprechend halt Löcher. So, also alles zurückdrücken und nur die vorderen beiden holen, um den Stift und nach vorne. Alles zurück, die vorderen beiden, um den Stift herum, nach vorne. Alles zurück, die vorderen beiden und nach vorne. Achtet darauf, dass ihr auch wirklich die beiden nehmt und nicht eins hängen lasst, weil auch da fällt euch das Trikot nachher auseinander. Alles zurück. Nach vorne. So, jetzt habt ihr hier, auf dem ganz viele drauf liegen. Da geht ihr ein bisschen behutsam dran, also nicht mit Gewalt. Gerade bei den preisgünstigen Gummibändern, die können diesen, wenn so viele drauf sind, sehr schnell reißen. Ihr braucht diese beiden, das heißt, ihr macht alles zurück, den Ärmel, das, was von der Mitte kommt, das, alles, was nicht mit diesen vorderen beiden zu tun hat. Drückt ihr euch zurück, holt euch die beiden, um den Stift herum und zur Mitte. Jetzt geht ihr wieder ans untere Ende und geht auf die linke Seite und macht das gleiche Spiel nochmal. Ihr geht hinein, drückt alles zurück, was nicht mit vorne zu tun hat. Gebt es um den Stift herum und gebt es auf das vordere. Wichtig hier bei der Mitte wieder, auch diese mit zurückdrücken und nur die unteren beiden holen. Und zur Mitte geben. Jetzt bleibt noch die Mitte übrig. So, hier unten, die haben wir ja schon gemacht. Und jetzt geht es hier ganz einfach, hier geht ihr einfach hinein und holt euch die vorderen beiden. Hier müsst ihr nichts groß zurückdrücken, hier ist alles ganz einfach. Ihr könnt euch hier unten die beiden schon lösen, links und rechts, damit sich das nicht so unnötig straff zieht. Und jetzt macht ihr das bis oben hindurch. Bis ihr hier seid. Und ihr seht jetzt, auf diesem Stift trifft sich alles, was von links, rechts und von der Mitte kommt. Hier sind sehr viele Gummibänder drauf. Und diese beiden Gummibänder, also ist dafür da, dass das Ganze jetzt sozusagen zusammen gemacht wird, damit das Trikot nicht auseinanderfallen kann. Und gerade wieder, ich sage es nochmal, wenn ihr jetzt diese preisgünstigen Gummibänder habt, hier müsst ihr sehr, sehr vorsichtig sein, weil meistens ist es so, dass es jetzt reisen würde. Ich verwende, ich verwende halt immer die original Rainbow Loom, die sind sehr stabil und es ist bei mir also noch kaum etwas gerissen. Ich glaube sogar noch gar nicht, ich weiß es nicht mehr. Aber wenn ich halt immer probiere und für euch voranfertige, dann nehme ich diese günstigen Bänder und da passiert es schon oft, dass mir hier viel reißt. Und ja, deswegen, wenn es euch irgendwie finanziell möglich ist, würde ich euch die Rainbow Loom Gummibänder empfehlen. So, jetzt geht ihr hier hinein und jetzt wird wieder alles zurückgedrückt, weil wir ja diese zwei brauchen, damit das alles verbunden wird. Ihr macht das jetzt zurück, holt euch die vorderen beiden um den Stift herum. Ihr seht, was da für eine Spannung dahinter ist. So, jetzt gebt ihr das hin und jetzt habe ich das ja noch nicht richtig rumbekommen, weil da zu viel Spannung drauf ist. Jetzt gehe ich hier nochmal hinein und drehe mit meinem Hook einmal oder zweimal um diesen Stift herum, damit sich das Gummiband hier vorne lockert. So, und dann hätten wir es eigentlich auch schon und können das Trikot abziehen. Hier ist ja sehr viel Spannung drauf, also könnt ihr mit dem Hook oder mit eurem Haken das euch schon herunterholen. Ganz vorsichtig aufpassen, dass hier vorne das nicht abgeht, weil dann wäre das Trikot, ja, wird es auseinanderfallen. So, jetzt geht ihr hier mit eurem Haken hinein, nehmt euch die oberen Gummibänder drauf und jetzt zieht ihr ganz langsam euer Trikot ab. Auch wenn ihr es abzieht, schön vorsichtig, schön langsam. So, und da ist schon das kleine Trikot fast fertig. Ihr habt hier oben zwei Gummibänder auf eurer Hakenspitze hängen. Das heißt, ihr nehmt das jetzt, zieht, also ihr zieht die vorderen Beiden durch die hinteren Beiden und zieht es fest, sodass ein Knoten entsteht. Macht hier nochmal lang und hier nochmal und hier unten seht ihr, ist noch so ein bisschen geriffelt, da zieht ihr das Trikot so ein bisschen lang. So, dann ist das alles schön in Form und fertig ist euer Torwarttrikot von Real Madrid. So, ich habe bei den Ärmeln die einfache Variante gewählt. Es gibt da noch eine, ähm, dass die Ärmel dann so ein bisschen runter gehen würden, aber ich habe gemerkt, dass da viele von euch nicht mit klarkommen. Deswegen werde ich die Trikots, die jetzt auch in Zukunft kommen, in dieser Variante machen. Und, ja. So, das war's für heute und, ähm, wenn es euch gefallen hat, ja. Ja, dann kommentiert, dann Däumchen nach oben und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!